So, jetzt ist ein alter Akku drin. Der wird aufgeladen. Und wenn ich hier den Strom ausziehe, dann bin ich nur noch auf dem Akku und es läuft. Jetzt stecke ich den Strom wieder ein, wechsle den Akku. Das ist der alte, das ist der neue. Jetzt heißt es hier 100%. Und wenn ich jetzt ausstecke, steht der Computer still. So was können wir nicht brauchen.